Erglaubst du zu Hause oder Weltreise? Weltreise. Einfach weil ich Reisen liebe und andere Kulturen liebe und andere Menschen kennenlernen. Macho oder Softie? Manche. Es sind natürlich zwei krasse Parallelen. Manche bin ich auch nicht. Aber ich würde sagen, wenn man wirklich nur diese zwei Begegnungs-Auswahl hat, dann best. Weil ich keinen Arsch spiele oder sonstiges. Ich habe es ja vorhin erklärt. Mit den Mädels auch. Ich werde mir noch nicht so hinterher. Okay, vor dem Kampf Ruhe oder Trubel? Es kommt darauf an, Trubel. Aber einfach wegen den Medien-Sachen. Weil ich sehr, sehr viel um die Ohren habe und sehr, sehr viele Presse- und Medien-Termine habe, deswegen Trubel. Ich hätte lieber gerne Ruhe. Pizza oder Burger? Burger. Ich liebe Burger. Oh mein Gott. Five Geister, Amerika. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Eines der besten Leute, die ich jemals gegessen habe. Geld will ich mir geben. Liebe. Liebe. Also ich finde, viele Menschen denken, dass Geld einen glücklich macht. Denke ich nicht. Ich denke, dass Liebe gerade von Menschen, Eltern oder irgendwie einem Partner, einem sehr, sehr viel mehr geben kann. Shopping Hose oder Jeans? Das ist eine Frage, die man Sport auch gut stellen kann. Tatsächlich Joyping Hose, weil ich mich da wohler fühle. Aber ich muss und kann nicht immer Joyping Hose tragen. Jetzt hier im Gym, wenn ich arbeite, klar. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wo man hingeht. Aber ich fühle mich wohl an Joyping Hose, glaube ich, die tut jeder. Vor allem als Kämpfer gibt es mir nicht immer so umlaufen wollen. Okay. Schauspielerei oder Kampfsport? Kampfsport. Also Kampfsport ist mein Leben, gehört zu mir und Schauspielerei ist jetzt erst im Nachhinein dazugekommen. Sehr gut. Gut. Und die letzte Frage? Jackie Chan oder Jack Norris? Kann ich auch Bruce Lee sagen? Auch Bruce Lee? Also ich würde sagen, tatsächlich Bruce Lee. Okay. Jackie Chan, mega Stuntman. Chuck Norris, mega Kämpfer. Bruce Lee, Legende.